Was ist denn jetzt das Ziel? Ja doch, Höllensachen ist eigentlich so das nächste Ziel. Nein, der Wasserstand ist immer noch komplett derselbe. Lass es erstmal unten absickern. Überleg mal, wie viel Wasser das ist. So schnell sickert das nicht ab. Wenn du mich fragst, läuft das gar nicht mehr ab. Abwarten. Denn der Wasserstand müsste sich trotzdem schon bemerkbar gemacht haben. Nicht bei der Menge Wasser. In irgendeiner Art und Weise? Natürlich. Wenn du im Meer einen kleinen Stöpsel ziehst, wie schnell verändert sich dort der Meeresspiegel? Ist das Meer hier, Terraria? Nein. Haben sie es vielleicht einigermaßen umgesetzt? Ich habe keine Ahnung. Nein. Sag nicht einfach gleich, nein, wenn du keine Ahnung hast. Doch, nein. Wenn du keine Ahnung hast, einfach mal klapphalten. Nein, nein. Und abwarten. Nein. Doch. Nein. Ey, Mann. Nein, Mann. Fünf. Das müsste schon fünf Meter abgelaufen sein. Fünf. Oh Gott. Ich hoffe, wir sollten auch mal bald wieder eine Aufnahmpause machen. Wir haben schon drei Stunden voll. Oh, das musst du sagen. Ach, noch geht es. Heilsfolge machen wir noch. Ich glaube ja immer noch, das läuft jetzt einfach dann unten so ab, weil das passiert ja hier auch, dass es einfach teilweise abläuft, aber dann eben nichts verschwindet. Falls es dir aufgefallen ist. Falls es dir aufgefallen ist. Nein. Es hat dann immer irgendwo angefangen abzusickern. Nee, das ist... Außer halt so ein, so möchte ich ja ein Wasserfall. Ja, manchmal so im Hintergrund einfach und das könnte ich mir auch vorstellen. Wenn es im Hintergrund ist, hat es immer wieder, früher oder später dann irgendwo angefangen, äh, Wassermarsch zu machen. Nein. Doch. Wenn, wenn der, äh, Abfall weit genug war, dann, äh, war das, äh, blieb und das Wasser blieb halt so dann halt, ne? Und dann lief das zwar, äh... Hier sehe ich auch noch weitere Abfließanimationen, also... Aber es kommt nicht runter, ja. Also oben passiert immer noch nichts hier. Ich sehe halt hier so zwischendurch... Nicke. ...wie das Wasser halt weiter nach unten sickert. Also es, es passiert auf jeden Fall was. Es läuft noch. Es läuft noch. Die Frage ist, wo tatsächlich es einen Unterschied dann macht. Ich glaube einfach, es dauert einfach so endlos lange. Also hier läuft es auch. In einer Animation nach unten, aber... Wenn du ganz unten zum Beispiel dann halt guckst, wirst du sehen... ...das, okay, hier ist es auch der Fall, dass es einfach steht. Der Wasserspiegel. Also die, es... Läuft auf jeden Fall jetzt nünftig in die Hölle runter. Und in der Hölle... Oh. Hier läuft es nämlich ab, aber der, äh... Ähm... Wasserspiegel... Also hier läuft es von oben die ganze Zeit rein, aber der Wasserspiegel ist unverändert. Interessant. Sehr gespannt, was da zum Schluss wirklich rauskommt. Irgendwas killt mich hier. Ich denke einfach, es wird so unendlich lange dauern, bis da wirklich was passiert. Ja, lässt den Server ein bisschen an. Das ist ja nichts mehr mit Server anlassen. Das ist ja... Und generell, halt wenn... ...so was ist, dann muss ja auch jemand vorhanden sein. Muss jemand aktiv auf dem Server sein, dann steht der Server. Ja. Ist Terraria ein bisschen an. Hallo, da habe ich künstliche Spielzeit. Hallo. Wird doch geil. Außer muss der PC im Hintergrund auch noch irgendwas rendern, und das funktioniert dann nicht. Oh. Ja, wieder. Aber ja. Ich gehe davon aus, irgendwann sickert es ab. Aber ich denke mal nicht, dass das noch in diesem Let's Play passieren wird. Klar. Du kannst ja mal irgendwo dann, bei Gelegenheit, wenn wir hier nochmal runterdüsen, irgendwo eine Markierung setzen. Jupp, bis hierhin ist der Wasserstand, so nach dem Motto. Du kannst gefälligst mal anfangen, Höllenerze abzubauen und statt da rum zu stehen hier. Hallo? Setz mich nicht unter Druck, ja? Was soll der Dreck denn? Setz mich nicht unter Druck. Kam so ein Bruder von hinten? Hab ich nie gesehen. Ach, der kam auch vor von vorne. Ja, dann mach ihn doch weg. Nö, ich dachte, du wolltest auch was tun. Ich war erstmal fasziniert. Hey, ich bin in der Hölle. Ist das denn wahr? Ja, ist es. Was machst du hier? Hast du kein Zuhause? Aufräumen. Da, Last Hit. An Bruno, ja? Hm. Hm. Dann kannst du ja hier den Rest machen. Ich baue mal auf der anderen Seite weiter. Ja, okay. Ich gehe da mal weiter, ne? Mhm. Hat denn hier jemand eine Puppe? Oder ein Buch? Und die habe ich jetzt vergessen, Oben. Ah. Ja, wir haben eh noch nicht, dass der Radar für angeglichen. Ich weiß ja, wir brauchen dann eine große Bahn, auf der wir einfach nur davon rennen. Oh, ja. Und wieder so ein Bruno. Ja, ich sehe ihn schon. Ich bin vollends begeistert von ihm. Bapé. We're still alive. Still kicking. Und Bruno ist incoming. Oben haut mich jetzt, glaube ich, gleich um. Das ist gut möglich. Er drückt mich mit seiner Liebe. Mit der unendlichen Liebe. Okay. Das ist also die Ebene, wo Wasser, Lava nicht mehr in Obsidian verwandelt. Du merkst aber auch, dass da nichts passiert. Bei den paar Tröpfchen, die hier runterkommen, kannst du das auch nicht erwarten. Ja, aber ne, wer weiß, ob es je weggeht. Wer weiß, ob es nicht da bleibt. Ach, Westers. Bleib doch einmal in dein Leben geschmeidig. Wie häufig bin ich geschmeidig geblieben, besonders in dem Let's Play. Ich weiß nicht. Ich konnte das Feuer nicht mehr löschen. Warum nicht? Ich kann das Feuer auch nicht löschen. Ich brenne durchgehend. Ich leb halt damit. Was machst du? Du gibst auf und gehst einfach sterben. Können doch nicht alle so eiskalt sein wie ich. Mir macht das Schwierigkeiten. Ich bin halt ein Hitzkopf. Wir müssen endlich mal Betten hier bauen. Ach, Quark. Das kann nicht wahr sein, dass wir keine Betten haben. Gut. Wie bastelte man eigentlich noch so einen, äh... Lebstuhl. Lebstuhl. Ich hab keine Ahnung. Erstmal braucht man dafür Holz, oder? Holz, wahrscheinlich Seide oder Spinnenfäden oder irgendwie sowas. Die hab ich, aber ich brauch Holz. Ja, das hab ich. Oh, ich mach's mal rüber. Ich bin grad nicht da, ich komm aber gleich wieder. Ich mach hier einmal ganz kurz Wasserstandmarkierung. Mit viel zu vielen Fackeln. Da sind relativ viele Fackeln schon. Na, ich hab da jetzt wirklich mehrere Fackeln in einer Reihe gemacht. Und schauen wir mal irgendwann mal, was da so passiert ist. Ich wette dagegen. Ich wette dafür. Ich wette einfach mal dagegen. Wir haben hier echt kein Holz? Ich hab Holz. Willst du Holz haben? Wenn Holz in Kisten bleibt, ja. Wir müssten mal auch wieder Holz verhandeln. Ja. Okay. Oh, ich seh grad, du spielst Terraria. Ja, Steam hat wieder neu gestartet hier. Eichhörnchen muss weg. Baut man denn einen Webstuhl? Du hast doch die Wiki auf. Hör zu, gucken. Nicht? Zu faul. Ach, zu faul. Weißt du, wer noch zu faul ist? Ich. Oh, irgendwas haut mich. Das ist okay. Ich kümmere mich um einen Schleim mit einer Hasenmaske. Das ist viel importener. Importener? Importener. Das hat nichts mit Import zu tun. Wenn ich jetzt wüsste, wie sich das ein Webstuhl auf Englisch nennt. Das ist eine gute Frage. Tipp einfach ein. Webstuhl. Oder mach Google über das. Ich bin aber nicht in der Nähe. Nein, stehst du nur daneben. Ich war bis eben nicht in der Nähe. Ist das nicht Loom? Weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja, Loom. Ja, siehste. Okay. Und wie baue ich jetzt einen Loom? Sag mir, wie ich Loom baue. Ist Loom nicht ein Spiel von Lukas Art? Nein, nein. Wie baust du ein Spiel? Wir brauchen erstmal ein Sägewerk. Also brauchen wir eine... Eisen. Eisen. Eisen, eine Eisenkette und Holz. Ja, das Holz habe ich nicht mehr. Ach. Thronen gerade gucken, wo schon wieder das Eisen geblieben ist. Das war hier auf jeden Fall irgendwo. Du Eisen, nein, das ist Silber. Ich habe kein Eisen mehr. Außer man muss das hier auf den Amboss machen. Ne, ich habe Eisenbahn hier. 99. Was muss ich jetzt eben noch? Eine Kette basteln? Heim, 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 heim. Immer diese kleinen Kaninchen hier. So, Kette. Über die Kette jetzt die Säge. Oder eine Obsidian-Truhe. Ja, baue eine Obsidian-Truhe. Ist eine gute Idee. Einfach weil Truhen können wir nicht genug haben. Die Gewerke jetzt platzieren. Die Frage ist nur, wo... Da, wo Platz. Wo Platz, du Braun. Wo ich platzieren muss. Machen du. Du machst einen guten Platz. Was ist das hier eigentlich? Können wir nicht hier Grünzeug vernichten? Wie damals Stalin. So, Grünzeug weg. Grünzeug schlecht. Nix Grunkuhl. Warum ich nicht platzieren können? Du nicht platzieren können. Weil kein Platz. Du müssen machen Fackel. Und nuft. Und Fackel hier. So. Du Fackel nicht lange. Und jetzt... Du machen Webstuhl. Webstuhl. Gut. Gute Webstuhl. Mach rede. Ach du großer Gott. Blacksmith. Wrecket. Webstuhl. Döns. Ich nicht Platz haben, um Webstuhl platzieren zu können. Du machen Platz. Du wo ich machen Platz. Du Sehnplatz. Du machen hier... Du machen Platz, wo Platz machen. Du müssen wir irgendein Zeug kaputt machen hier. Grünzeug. Ja. Grünzeug weg. Grünzeug. Grünzeug. Gut. Genau wie mal... Mutter Russland. So und du müssten... Mutter Russland. Nichts Grün. Mutter Russland immer grau. Oh du hier. Grau wieder schnell. Mit Platzierung Webstuhl. Du müsst machen... Du haben Spinnennetz. Spinnennetz. Gut. Gute Spinnennetz. Geste müssen haben Spinnennetz. Ich dir gegeben haben Spinnennetz. Spinnennetz gerade. Ich dir gerade gegeben. Du müssen Augen aufmachen. Nur 18. 18 Spinnennetz. Nicht genug. Nicht genug. Wie nicht genug? Tja. Du müssen haben... In Mutterland Russland. 60. 3 mit 360. Du viel machen können Seite. Du machen Seite hart wie Stahl. Ey man! Oh Gott! Ernsthaft? Am Arsch. Hier mit euren Scheiß. Goodie Bags hier. Warum kriegst du die gerade um die Augen geschmissen? Nee, ich... Ah, ich hab da einen Kobold drin gehabt. Du freu dich doch. Nee, Kobold nix gut. Ich kann einen Rube basteln, okay? Muss ich jetzt wieder an ein Sägewerk gehen? Wahrscheinlich. Bestimmt. Was ist das für eine bescheuerte Lauferei? Ich hab mal können machen. Soffer. Warum baust du das auch so weit auseinander? Keine Ahnung. Ist auf die Müdigkeit. Ach, jetzt ist er auch noch müde. Oh ne. So, jetzt hast du dir ein Bettchen gebaut, ja? Ich hab zwei Betten gebaut. So, dein Zimmer ist hier. Ist genehmigt. Ne, und... Keine Ahnung. Ich glaub, das kann ich nicht benutzen. Ich glaub, das muss ja in so einem Raum sein. Kann ich das nicht drehen, irgendwie? Oh. Ich... Ich nimm das hier. Ich nimm da oben das Tetris-Zimmer. Auf die andere Seite gehen. Ne, schön weit weg. Mit Aussicht auf die Wüste. Schön kahl. Sonne scheint hier vielleicht manchmal rein, aber... Und gut, ist halt so. So. Zack. Spawn Point Set. Yay. Yay. So. Dann... Bisschen Mana. Für den Fall eines Falles. Brauchst du noch welche, oder hast du... Ne, ne. Ich kann schon nicht mehr benutzen. Yay. Bei der Macht der blauen Sterne. Ist doch überhaupt nicht nervig, das Geräusch. Nein, nein. Das... Nur das Geräusch ist noch besser. Für das Imperium. Macht das denn bei dir auch das schöne Geräusch vom Läggeschwert? Ja, natürlich. Beziehungsweise. Feuerwehr. Yay. Nervige Geräusche vor uns hin. Gut. Dann machen wir jetzt hier mal endlich eine Aufnahmepause. Nach über drei Stunden. Wir sehen uns in der nächsten Folge von... Terraria. Dem Gedöns hier. Moment, 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 Moment. Halt, halt, halt. Jetzt geht das schon wieder los. Halt, 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 halt. Moment. Moment, Moment. Eben kurz in die Liste tun hier. Mit Maskottchen. Wir sehen das nächste Folge. Warum musst du so einen Scheiß finden? Bis dann. Bis dann. Bis dann.